Herzlich Willkommen zu einer weiteren Runde. Viertelfinale. Nein, Viertelfinale nicht. Achtelfinale. Wissler-Krakow steht verdient dort. Selting genauso. Mit dabei ist der Ending. Der Wissler spielt. Ja, grüß euch. Ja, Wissler ist gegen Mattersburg weitergekommen. Selting gegen Hartberg. Jetzt wollen beide ins Viertelfinale einziehen. Aber es wird sich ein hartes Match. Ja, ich glaube in der Liga haben sie sich noch nicht getroffen. Oder? Oh, das ist jetzt eine gute Frage eigentlich gewesen. Müsste ich dann nachschauen, wenn ich dazukomme. Ich glaube aber sogar schon. Bei über 50 Spielen verliert man jetzt schon den Überblick. Alter, wieso rennst du nicht? Aber da... Oh. Wenn man sich trennen kann. Wie ist das lustig? 1 zu 1. Inseltig. Ah, danke. War die erste, aber die gleich. In der zweiten Liga. Ah. Schon zu lang hier. Boah, das war so klar. Erste Riesenmöglichkeit gleich vergeben. Von mir selber. Ja, heute sitze ich nicht neben dir. Im Stadion. Tja. Heute schwitze ich vor dir. Im Stadion. Tja. Halt dir die Ecke raus. Auch ein guter Aufstieg eigentlich des Spielers hier bei Celtic. Bislang. Ah, zu spät war ich. Danke. Bislang. F場 ist wahrscheinlich dieses firing. Bislang. Ich hab jerüge. Uh. ん Da, schau ich zu. Oh Gott sei Dank, Faust, halbe Stunde um 0 zu 0, aber es ist wirklich eine gute Partie. Muss man sagen, qualitativ sehr stark. Ja, ich sage mal, es werden nicht so viele Chancen rausgespielt, aber wenn, dann sind sie gefährlich. Oh. 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 Sieginger. Oh Gott. Oh. 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 Schöner. Уuh. Forrest also mal für Celtic, hier Minute 37. Großmann. So, Hayes blockt hier. Oh! Yes! Ah, gute Antwort. Sehr gute Antwort. Schönes Match hier. Boguski, auf! Weiß jetzt nicht wer das war. Imatz! Oh! Das war zu viel. Das war zu viel! Boguski! Ich habe ihn schon ganze Zeit eigentlich. War gut getackelt. Schießen wollen. Schießen? Nö, Pass. Ja, aber jetzt war es Absatz. Schade. Na gut. Halbzeit. Da kann man auch schauen, wie es einen schönen Pass gegeben hat. Ja, so. Ja, wichtig wäre es für beide natürlich. Zweitligamannschaft ins Viertelfinale. Das wäre natürlich auch wirtschaftlich für beide gut. Ja. Ja. Sing war es. Tja, der Sing. Da war er weit hinten eigentlich. Naja, wieso war er einer der vordersten Spieler. Weil er hat doch den Basten von hinten nach vor gegeben oder verwechselt. Ja, aber er war ja nicht weit hinten. Ja, aber er war ja nicht weit hinten. Thomas, wenn du vor bist, war er schon bei der Abwehr. Stimmt. Ach nee, er muss halt nicht raus quasi. Boah. Da hab ich jetzt schon mittelauflage gewesen sein. Stimmt. Oh. Oh. Oh, das kann ich so erklären. Aber alles noch im grünen Bereich. Für Celtic. Haze. Sing. Oh. Oh. Da waren wir noch dran. Sing. Oh. Joachim Mit Samitrem schöner Roller genommen. Ah, was er gab, war paperifcht. Ja. Ok. das habe ich jetzt erst richtig begriffen mit decken dass man auch spieler hinschicken kann schade da kann sich das aber bedanken ja die drehung gott sei dank ach schade so So, ein Wechsel einmal. Ist Mr. Enning noch hier? Aha. Ja. Na. Na, na. Na, na. Na, na. Na, na. Oh. 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 Jetzt habe ich mich verdrückt. Gott sei Dank. Oh, das war schön. Oh. 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 Das ist mir wieder zu viel. 10 Minuten noch einen sehr guten Match. Oh, Schade. Schade. Oh mein Gott, Wugelstöcher, nichts mehr gesehen, wo dabei ist. Oh, da war jetzt nicht gerechnet. Boah, Schade. Ja, es geht in ein Nachspiel. Ja, das erste hier, im halb-, äh, halbfinale, im, im ... Neues oder das zweite. Stimmt, das allererste war eins. Danke. Ja. Zwei Mannschaften auf Augenhöhe, kann man sagen. So, vielleicht bringt er hier das Dressglück. Ja. 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 Ja, die Neuen, die aus einer Not eigentlich zu selte gekommen sind, machen sie hier ganz, ganz lang. Ja, vor allem. Ja, vor allem. Hat er gespielt jetzt? Nein, im letzten Spiel nicht. Ah, okay. Aber sonst nicht immer. Nein, das spielt er auch nicht. So, so, so. Ja, da hat man gesehen, dass beide Mannschaften auf Augenhöhe sind. Ja, bei einem ist dann noch zum Schluss schon viel Kraft ausgegangen, muss man sagen. Jetzt hat man dann auch schon gemerkt, dass die Angriffe einfach nur mehr auf Konter aus waren und nicht mehr spielerisch. Alter, was machst du so weit vorne? Ach Gott, Leute, non Süß Swee. Oh, Rolls Everything? Ach Gott. I am Surwald. Woah! Tenier kam da aus dem Hinterhalt, glaube ich. Nein, nicht einmal. Falsch gesehen. Ja, die anderen zwei haben sich hier blockiert, sowohl Wissler als auch Celtic Spieler, das nutzte hier Tenier aus. So, erster Treffer für ihn. Oh, kann man mal annehmen, 16er. Oh. Oh. Zu zögerlich. Scheiße. Yes. Damit hat man das Auswärtstor. Ah, okay, wir haben zuerst den Wissler gespielt. Ja. Gut. Gut. Oh. Gott sei Dank. raus nochmal. Verstehe ich nicht, wo der netzig gesprungen ist. Oh, nein! Ah, der war vorbei. Zink! Okay, der war noch abgefächt, aber trotzdem. Ja, bucherlich, trotzdem. Zwei Mal, pariert. Ah. Einer, wo war das jetzt hin? Ah, auf jeden Fall Top Shores hier. Alter! Nein! Nein, der kann ihn nicht annehmen. Oh, der tut's nicht, sagen wir mal so. Oh, der wollte nicht. He, ich will nicht. Ah, da war schlecht, der Bastion habe ich schon gesehen. Richtig. Alter! Oh, der ist leider weiterspielen, Hauberer. Den hab ich noch gehabt. Am Ende schon eine Rode, damit sie so auszahlt. Ah. Oh. Jetzt habe ich viele Schüsse. Oh. Oh, oh. 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 Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Schade, immerz. Ja, zwischen. Was? Ja, danke. Dann hast du noch mal. Yes! Scheiße, scheiße, scheiße. Puh. Noch wichtig vor dieser Halbzeit. Somit muss Selte gewinnen. Sollen wir doch jetzt auf den Nummer Safe gehen und den gleich austauschen? Den Gelb lassen immerz, auch wenn er gut spielt und guter Spieler ist. Sollen wir doch jetzt, Leute? Ja, ja. Sollen wir doch jetzt. Sollen wir doch jetzt? Ja, das ist wohl häufiger. Oh, nein. Sollen wir doch mal auf den Weg. Boah, wichtig. Boah, ja da. Yes. Eines brauchen sie noch. Ich prüfe jetzt der erste Treffer. Schade, schade. Das war jetzt nicht gut verteidigt hier. Ich habe jetzt noch abgewartet mit dem Torjubel, ob das Abseits war oder nicht. Nein, das habe ich gesehen bei dem Pascho. Nein. Oh, schön. Ja, das ist mich geschützt, aber der passt schon für mit dem anderen eigentlich. Ich finde, da ist auch von der Hesse gleich abziehen können. Eine gute Pose gewesen. Oh, Mann. Oh, mein Gott. Ah, Torjubel wollte dann hin, weil den keiner genommen hat. Das war so ein bisschen spät, oder? Nein, 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 nein. Ich bin schon mal. Ich bin schon mal. Ich bin schon mal. Ich bin schon mal. Oh, Mann. Oh, fertig. Ich denke nicht noch mal T-Management. Ich denke nur noch etwas, sehr schönes. Okay, ich denke auch schon mal ein bisschen. Alles gut, ich glaube. Oh. das ist gut das war nicht gut das war nicht gut jetzt zweimal Ja, seltsig wird wohl die Zelte abreißen müssen im Kap. Kopf. Was? Gut reagiert noch. Oh. 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 Das war zu viel. Yes. Ja, Gratulation verdient hier jetzt doch aufgestiegen in der zweiten Partie. Lange Zeit war es auf Augenhöhe, aber dann letztendlich setzt er sich Wiesler durch. Na gut, jetzt ist die Wiederholung oder auch nicht. Oder auch nicht. Na gut, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Ciao. Papa. Ciao. 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 Ciao.